So, da bin ich wieder mit einem weiteren Part von Pokémon TCG2 und ja, wir müssen jetzt hier nach oben laufen, um den Leader hier zu besiegen, das sind GR-Typen und ich habe ein neues Deck gebaut und zwar ein reines Feuerdeck mit dem XYZ-Namen, einfach mal so, reines Feuerdeck, ein paar normale Pokémon und so weiter und so fort. Ähm, und zwar habe ich eine Mail bekommen, von Ronald natürlich, und zwar steht hier, dass sein Deck gegen wir gleich antreten werden, nur aus Pflanzen-Pokémon besteht, allerdings, ähm, ja, ist die Regel, dass unsere, unsere Seite, beziehungsweise die gegnerische Seite nicht, ähm, äh, durch Schlafverwirrung, oder Lähmung beeinflusst werden kann, das heißt, wir können eine Gift-Attacke einsetzen, aber es wird nicht vergiftet, aber dafür wir. Wollte grad sagen, warum explodiert er gerade, haha, naja, ähm, ich hoffe, dass wir trotz allem mit unserem Deck gegen ihn, ähm, bestehen können, sofern das überhaupt der ist, ich weiß es gerade nicht, ich habe gerade nicht mitgelesen, aber jetzt auch egal. So, was machen wir, ja, ein Glurak in unserem, unsere Hand, aber damit können wir reichlich wenig anfangen, genauso mit Wulpix eigentlich, aber wir gucken einfach mal. Ich hoffe, wir dürfen anfangen, das ist einfach nur fair, zum Glück, zum Glück. So, Plus-Power, Gott, was ist das für ein bieser Samen, ey, wie das aussieht. So, erstmal ein Bild einsetzen. Ein Galoppa und eine Feuer-Energie-Karte. So, Feuer-Energie auf Wulpix, und wir können nichts, nicht angreifen, weil Komfort-Strahl leider zwei Energie-Karten verlangt, aber ist auch nicht so schlimm. So, da haben wir noch einen Ponita gezogen, haben wir erstmal hier einen schönen Wulpix mit einer zweiten Energie-Karte ausrüsten. Äh, ich check mal, was kann das überhaupt, dieses, äh, bieser Samen, ich weiß es gar nicht, gar nichts. Achso, es kann sich gleich heilen, und es kann einfach mich vergiften. Interessant. Äh, ja, gut, Komfort-Strahl. Zum Glück eine Verwirrung rausgehauen, nicht schlecht. So. Er will zurückziehen, schafft es aber nicht, weil wenn man verwirrt ist, muss man eine Münze werfen. Aber dafür schafft er uns zu vergiften. Mein Gott, ey. Dreck. So kack. Naja, ähm, ist aber jetzt nicht so wirklich übertrieben tragisch. Ähm. Machen wir mal Ponita mit einer Feuer-Energie, und wir greifen jetzt einfach mal mit einer Plus-Power an, damit wir dieses Bieser Samen nicht mal weg sind. Äh, los sind. So. Mal schauen, was wir als Preis bekommen. Ne, Feuer-Energie. Und da haben wir schon mal einen Nivolag. Wir kennen das Pokémon schon ziemlich gut. Haben wir ja selber auch. Jetzt können wir keine Trainerkarten einsetzen, aber das ist jetzt nicht so übertrieben schlimm, würde ich mal sagen, weil wir eh keine wirkliche benutzen können. Dann bin ich mal was auf der Hand, was uns... Ja, vielleicht der Trank, der würde uns jetzt eigentlich weiterhelfen, aber scheiß drauf. So. So. Wir versuchen, das Teil mal zu verwirren. Und wir schaffen es nicht. Das ist doof, das ist doof. Das Vulpix geht leider jetzt in der nächsten Runde K.O. Aber ist nicht schlimm. Macht ja noch schön Professor Eich, schön eine neue Hand draufhauen, ist klar. Kennen wir ja auch schon. Oh, was ist das für ein Alpollo? Kenn ich gar nicht. Wir sind jetzt auch verwirrt, denke ich mal. Doch nicht, ist ja auch nicht schlimm, weil wir sind jetzt eh weg. So. Jetzt kommt unser Ponyta in den Kampf. Ich würde mal sagen, wir entwickeln das sofort weiter. Ich lasse mal eine Vollenergie drauf und dann... So. Ich muss nochmal schnell das Apollo mehr anschauen. Ich kenne das gar nicht. Nein, da. Achso. Ähm. Ähm. Macht das Sinn oder macht es nicht Sinn? Nö, eigentlich nicht, ne? Wir machen einfach mal Agilität. Werfen Kopf, das heißt, wir kriegen in der nächsten Runde keinen Schaden. Werden aber scheinlich noch verwirrt werden. Was ist denn deutsch? Aber egal. Oh, er hat einen Meisterball. Meisterball ist echt eine gute Karte, muss man sagen. Nicht nur im richtigen Pokémon spielt eine super... Einen super Ball. Hä? Was habe ich? Ein super Item. So. Ähm. Magma haben wir gezogen. Das kommt direkt auf die Bank und bekommt noch eine Energiekarte. Und wir können direkt hier nochmal schön mit Agilität das Apollo weghauen. Können uns aber leider nicht schützen. Aber das ist jetzt nicht übertrieben schlimm. Denke ich mal. Oh, Professor Eich noch gezogen. Jetzt kommt das Zuward. Dass nicht mal eine Energiekarte drauf hat. Aber das kann sich jetzt ändern. Ja. Aber egal. Nur 10 KP Schaden. Das ist ja nicht gerade viel. So. Das mache ich jetzt. Soll ich Professor Eich einsetzen? Nö. Lass mal. Oder? Nö. Wir machen einfach mal Agilität. Können uns natürlich mal wieder nicht schützen. Da wir mal wieder Zahl geschmissen haben. Aber egal. Ach jo. So. 10 KP Schaden bekommen. Das heißt, wir können jetzt mal... sinnvoll den Trank einsetzen. Mal wieder Zahl. Boah, ey. Das ist ja unglaublich. Jetzt kommt noch das Nebulak. Hmm. Hmm. Na ja, stimmt. Wir können ja keine Trainerkarten einsetzen. Macht aber auch nichts. So, immerhin. Agilität schützen sie es endlich mal. Das Nebulak kann uns eh nix... machen. Dreck. Ganz ehrlich, ich mache jetzt einfach mal hier... äh... Also das Professor Eich. Weil die Hand, die ich jetzt habe, die ist eigentlich blöd. Kann ich gar nicht gebrauchen. Bisschen besser, aber auch nicht gerade besser überhaupt. Aber na ja. So, die doppelte farblose Energie auf Evoli. Und noch einmal eine Runde Schutz. Perfekt. Na ja, das Battle, das ist eigentlich schon so gut wie gewonnen, würde ich mal sagen. Uh, da ist das Dark Venusaur. Das dunkle Bisaflor. Aber keine Entwicklung, obwohl er ein dunkles Bisaknosp auf der Bank hat. So, ich würde mal sagen, wir haben das Duell schon mal gewonnen. Und können weiter vorrücken. So, James wurde besiegt. Bekommen jetzt Booster, ich denke mal schon. Ja. Team Rock Booster. Was ziehen wir denn diesmal? Nochmal ein Aerodactyl. Das dritte Mal. Wie das Ammonitas aussieht. Na ja. Sesam öffne dich. Ja, dann würden wir mal sagen, machen wir die mal fertig. Ist das überhaupt die mit den Regeln? Ich weiß es gar nicht. Ach so. Die will also nur gegen ein Deck antreten, das nur Pflanzen als Energiekarten hat. Ja gut. Ja, halt das Maul. Blöde Sau. Ja, dann würde ich mal sagen, ich baue mal jetzt schnell ein Deck, das jetzt nur Pflanzen Energie hat. Würde ich aber auch mal sagen, dass wir den Part diesmal wenden. Und im nächsten Part würde ich die mal mit Pflanzen Energiekarten besiegen und so. Haut rein und ciao.